hallo ihr lieben ich bin es mal wieder euer klemmonkel und schaut doch mal was ich euch süßes mitgebracht habe ein kleines wauzi ja und klein passt hier ganz gut das ist nämlich ein set aus diamondblocks das sind kleine klemmbausteine ich habe sowas noch nie gebaut mal gucken ob ich da überhaupt mit meinen wurschtfingern klarkomme der hersteller ist bloady die setnummer ist die 16042 und 1900 steinchen sind hier angegeben ich hoffe auch mal dass die vollständig sind altersempfehlung 6 plus und ein schwierigkeitsgrad 4 von 5 sterne ich weiß ja nicht ob das mit 6 plus so hinhaut wir werden es merken gefunden habe ich den auf amazon und da habe ich mir dann auch bestellt er war nicht allzu teuer 20 euro rum das hat gepasst und wenn mir das zusagt gibt es vielleicht wieder mal irgendein kleines tierchen mal gucken sowas kriegt man halt auch wunderbar aufs regal das nimmt nicht so viel platz weg ich bin mal gespannt was haben wir da oben noch stehen small particle building blocks development of intellectual stimulation potenzial ich weiß ja nicht wollte belodi hier einfach irgendwie mal einen kleinen raum raushauen oder hat das einen tieferen sinn man weiß es nicht die rückseite zeigt uns das hundi noch mal seitlich da unten sind noch ein paar symbole die kann ich eh nicht deuten plus ein chinesisches zeichen auf der unterseite haben wir auch noch mal chinesisch ich habe den karton auch schon mal aufgeschnitten das heißt wir gucken auch direkt jetzt mal rein wenn ich ihn aufbekomme was da so im inneren ist ich merke eine tüte ich merke noch eine tüte ich merke noch eine tüte oh hier sind die kleinen das wird lustig ich merke eine eine sehr verknitterte anleitung ist da noch irgendwas was ist das denn ein kärtchen was haben wir denn da ein kärtchen mit qr-code und ganz viel chinesisch vielleicht für die anleitung ein qr-code zum runterladen auf tablet oder so keine ahnung also ist auf alle fälle dabei die tüten sehen mir auch eher unnummeriert aus jetzt zumindest auf anhieb erstmal nichts muss ich mir noch mal genauer anschauen wäre natürlich jetzt nicht so schön wenn die nicht nummeriert wären dann müssen wir hier nämlich alles ausbreiten das mache ich ungern und dann schauen wir uns noch mal kurz die dezent verknitterte anleitung an da sehen wir erst mal was wir bauen auf der vorderseite haben wir auch eine rückseite haben wir auch da hat wohl bei lodi noch andere sätze im angebot auch der ist ja auch süß hier ein kleiner dackel da haben wir noch kätzchen also da gibt es durchaus noch baupotenzial würde ich sagen schauen wir mal wie sich jetzt hier so die anleitung gestaltet da sehen wir die bauschritte und die dinge die wohl gebaut sind sind hier ausgeplaut habe ich so auch noch nicht gesehen ich kenne das mehr mit grau aber hier sind sie tatsächlich ausgeplaut also die blauen teile scheinen hier schon gebaut zu sein wie es scheint ok na nun keine seiten zahlen gucken wir mal ganz hinten da sind wir bei bauschritt 84 so sieht er dann aus und ja ich habe es befürchtet es ist aber auch kein weltuntergang bei lodi kennt auch wie kobe keine seiten zahlen das gibt es bei denen scheinbar nicht nun gut kein weltuntergang bauen lässt sich trotzdem mit 84 bauschritten mal gucken wie weit ich komme bis ich euch dann mal wieder hier ins video rein ziehe und ja ich bin gespannt ich freue mich schon drauf wenn der kleine dann fertig ist ich bin jetzt hier beim bauschritt 32 angelangt ihr könnt sehen da hat sich auch schon ein bisschen was getan wir haben hier zum einen unser hinterteil oder besser gesagt angefangenes hinterteil vom hundi und wir haben unsere vorderfüßchen die würden jetzt hier im 32 bauschritt angedockt habe ich noch nicht getan damit ich euch gleich diese beiden separaten teile bisschen genauer noch zeigen kann vorher zwei dinge ich hatte es zwar im unboxing gesagt aber ich sage es noch mal es gibt doch eine nummerierung ich hatte gesagt es gibt glaube ich keine nummerierung es gibt eine weil die schwarz ist sieht man die nur nicht wenn der beutel voll ist wir haben viele schwarze teile insofern ist die so gut wie unsichtbar das hätte below die besser lösen können mit einem weißen etikett und einem schwarzen aufdruck oder direkt einem farbigen aufdruck auf der tüte ist aber in dem sinne auch wurscht weil jetzt kommt was mir sehr gut gefällt hier bei dem bausatz wo ich auch wirklich below die sagen muss däumchen hoch die herrschaften waren so schlau und haben die tüten vorsortiert das heißt ihr habt jetzt beispielsweise in der tüte 1 die einmal einser einmal zweier einmal dreier einmal vierer habt dann in der tüte 2 die zweimal zweier zweimal dreier zweimal vierer und habt in der letzten tüte dann eure langen blades diese eckigen und hier nochmal spezialteile und ihr habt schon jetzt gemerkt was ich euch gezeigt habe wenn ihr schlau seid besorgt euch eine rutschfeste unterlage ist am sinnvollsten bei den kleinen steinchen kippt euch erstmal eine der tüten nicht alle eine der tüten auf die unterlage besorgt euch solche kleinen gefäße oder vom jostellerchen oder was auch immer und sortiert euch vor wie ich das jetzt eben hier gezeigt habe vielmehr unterschiedliche steine sind da nicht ihr werdet wirklich mehr bauspaß haben wenn ihr jetzt anfangt und kippt euch je eine tüte in größeres gefäß und sucht dann teile mal als beispiel ihr beginnt direkt damit dass ihr diese runden teile hier benötigt diese einmal einer in rund findet die mal in diesen riesen beuteln selbst wenn ihr die irgendwo rein kippt ihr wisst erstmal nicht in welchem beutel ist das und zum anderen ihr seid nur am kramen und wühlen und ihr findet es einfach schlichtweg nicht ja und wir haben hier noch andere spezialteile einmal einer mit glatter oberfläche und so weiter sortiert ihr es euch vor bauspaß auch wenn es eine stunde dauert es schieht egal ihr kommt später einfach deutlich schneller voran ja unser hintern unser begonnener ist ja noch nicht fertig schwänzchen fehlt glaube ich auch noch glaube ich natürlich fehlt das schwänzchen egal weiß punkt also da ist nichts vergilbt bisher wissen richtig schöner weiß tun habe ich auch schon anders gesehen schwarz sieht ordentlich aus wir haben auch wirklich ordentlich steine qualität die sind nicht sonderlich verkratzt oder sonstiges auch die klemmkraft ist hier wirklich gut beim hinterteil wobei das auch damit zusammenhängt dass das sehr robust gebaut ist wir haben hier deutlich verstärkte stellen was natürlich für einen gewissen halt sorgt füßchen haben hier dann auch diese kleinen fötchen sind hier angedeutet mit diesen mit diesen rundlichen bleibst du scharf mit diesen kleinen rundlichen einern selbst solch kleine details gibt es das ist das hinterteil bin ich mit zufrieden jetzt sieht es aber anders aus bei den vorderfüßen warum die sind nicht vergilbt die sind schön weiß da gibt es nichts weiß ist weiß ich sage es nochmal das problem ist hier die stärke der steine und die klemmkraft wir haben jetzt hier so gesehen ja ich sage jetzt mal zweimal dreier ich zeige euch mal was und so geht mir das ständig bei diesem teil immer wenn ich versucht habe hier oben weiter zu bauen ist mir ganz gern einfach mal unten der fuß abgegangen jetzt kann man das vielleicht irgendwie lösen indem man sich hier die entsprechenden teile raus sucht entfernt sie da unten und setzt ein anderes teil ran und hofft einfach es klemmt dann besser aber ich denke einfach mal das ist hier durch die konstruktion die halt wirklich schaut mal das ist wirklich nur ein zweimal zweier mit mini bricks mit diamond bricks wie auch immer da fehlt einfach eine gewisse klemmkraft dadurch ihr habt bei größeren klemm bausteinen natürlich noch ein bisschen mehr stabilität ein bisschen mehr klemmkraft die halt bei kleineren steinen meiner meinung nach auch einfach fehlt bei diamond bricks ist natürlich bei so modell anders so schlecht umsetzbar schlimmer wäre es noch wenn es jetzt eine fischgräte wäre nein aber ich bin mal gespannt ich denke auch mal dass das später kein großes problem ist der hund steht ja dann das kommt jetzt hier irgendwie so dran ich klemm es mal noch nicht dran aber er steht ja es passiert ja nichts aber solange man baut muss man halt aufpassen dass nicht wieder irgendwo was abfällt ansonsten es macht wirklich sehr viel spaß bis zu dem punkt ich könnte mir auch durchaus vorstellen später noch mal so ein set zu bauen aber dazu äußere ich mich dann zum schluss im fazit noch mal wenn das teil fertig ist ich habe ja noch ein bisschen arbeit vor mir vielleicht sage ich auch irgendwann oh nee also ich hätte es doch lassen sollen schauen wir mal lasst uns einen kurzen blick auf unser hundi werfen im bauschritt 56 bauzeit bis hierher circa dreieinhalb bis vier stunden ohne vorsortierung ja wären es wahrscheinlich schon sechs stunden oder so es ist eine gemütliche bauzeit gewesen ich habe ein bisschen nebenbei noch andere dinge gemacht insofern ja macht spaß ist entspannt wir haben natürlich hier auch einen baustil der beidseitig ziemlich identisch ist zumindest bisher beim schwanz wird es vielleicht noch mal ein bisschen anders sein das werde ich sehen aber gerade hier nach oben ist das doch recht identisch beidseitig an einigen stellen weicht ein bisschen minimalistisch ab aber es hält sich wirklich in grenzen warum ich jetzt hier gekartet habe und euch das nicht alles zum schluss schon sage ganz einfach ich möchte euch noch mal kurz was zeigen und zwar ihr baut jetzt hier diese rein nach oben ja reihe für reihe für reihe achtet immer darauf in der obersten reihe gerade dann wenn ihr zum beispiel einen zweimal dreier stein auf dann einmal einer stein setzt beim druckpunkt ist das natürlich eine problematik wenn ihr den fest drückt kann es passieren dass euch nach unten was weg bricht bei einer gewissen statischen problematik ihr könnt ganz einfach jetzt zumindest noch so lange hier noch offen ist reinpacken von unten könnten einen gewissen gegendruck von unten erzeugen während ihr oben die teile fest drückt ist es deutlich einfacher als wenn jetzt nur das teil draufsetzen versucht euch da irgendwie in wolf nach unten zu drücken und es geht vielleicht nicht richtig drauf und ihr drückt dann zu fest und dann bricht euch vielleicht hier unten der fuß weg obwohl er jetzt wirklich stabil ist aktuell ich habe noch mal teile getauscht jetzt geht es deutlich besser da kommen wir aber später noch mal drauf zu sprechen also insofern immer darauf achten dass ihr einen gewissen druckpunkt oben ausübt während ihr es versucht zu stützen ich weiß nicht wie es sich dann oben darstellt am kopf wenn der kopf dann zugebaut wird ich hoffe es ist so umgesetzt dass nicht alles wieder zusammenbricht ansonsten auf kleinere details die jetzt hier noch umgesetzt wurden da gehe ich nachher wenn er fertig ist noch mal näher darauf ein was ich euch aber auch an der stelle noch mal kurz zeigen möchte ich habe hier noch mein lämpchen liegen wenn ich dann den einschalter finde wäre es schon ganz schön komm gern geh an jetzt so spaltmaße sie ist wirklich glockenhell eingestellt ja ich sage es bewusst was ihr jetzt hier seht das ist glanz durch die decken leuchtet das ist nichts was durchschimmert ich zeige euch trotzdem mal die rückseite also richtig schöne glänzende schwarze steine haben wir hier so jetzt kommt der spannende bereich spaltmaße ja gibt es nicht es sind keine spaltmaße zu sehen also er ist wirklich richtig richtig schön dicht gebaut die steine sitzen richtig schön dicht zusammen und dementsprechend habt ihr hier natürlich zum schluss wenn er fertig ist man sieht es ja auch schon wenn ich ihn jetzt so in die kamera halte richtig schön einwandfrei dicht zusammengeklemmten look ohne dass da irgendwie merkwürdige spaltmaße zu sehen werden das vielleicht mal am rande jetzt mache ich mich an den rest des hundis und dann sprechen wir noch mal insgesamt über die qualitäten über vielleicht problematiken die mir aufgefallen sind etc pp nun schaut doch mal wer da auf meinem tisch sitzt der kleine wauzi ja nach circa sechseinhalb stunden bauzeit ist der kleine husky fertig und jetzt lasst einfach mal dieses bild auf euch wirken ist der nicht süß ich finden richtig schnuffig er guckt verspielt er will gestreichelt werden er freut sich also ein richtig süßes kleines hundchen hier mit diamond oder mini pricks oder wie man sie auch immer nennen mag mein erster versuch und ich muss sagen mir hat spaß gemacht mir hat es wirklich spaß gemacht auch wenn man hier immer wieder links und rechts ziemlich identisch baut bei dem modell zumindest bei anderen ist es vielleicht ein bisschen anders aber es ist auch einfach interessant hier zu sehen wie das sich immer weiter nach oben entwickelt wie immer mehr vom hund entsteht schon allein die tatsache die treibt einen immer wieder so vorwärts und ich habe ehrlich gesagt auch bei dem namen belohdi 22 oder 23 euro auf amazon nicht damit gerechnet dass da die qualität so gut sein würde und ich muss wirklich sagen die klemmkraft tendiert hier zwischen gut und sehr gut irgendwo in der mitte es gibt zwar vereinzelten paar steine dazwischen die haben eine klemmkraft von ich bin gerade so befriedigend es gab auch drei vier steine die habe ich jetzt hier irgendwo am rücken verbaut die hatten die klemmkraft ja wie soll ich sagen ungenügend oder nicht vorhanden mein gott schaut mal bei so vielen ersatzteilen findet er mit sicherheit noch einen passenden stein den er stattdessen nehmen könnt wenn euch das wirklich stört ihr müsst aufpassen beim aufbau dass euch nichts wieder runter kracht ich habe es ja schon kommentiert ich werde jetzt nicht mehr allzu viel zu erklären was schön gelungen ist ist auch hier im bereich des mauls hier die zähnchen da haben wir so kleine runde einer die zunge ja also das ist wirklich sehr sehr schön dargestellt auch hier die öklein die weißen steine es wirkt jetzt vielleicht unter dem licht ein bisschen vergilbt oder gelblich oder was auch immer nein ist es nicht es sind wirklich alles einheitlich weiße steinchen wirklich ein schönes weiß und auch das schwarz ist einheitlich teilweise glänzend je nach lichteinfall und auch hier das pink von der zunge gleichfalls sehr gut in der farbdarstellung gibt es schwachpunkte sicherlich gibt es auch schwachpunkte ich habe jetzt nicht wirklich viele gefunden ich hatte auch kein ja kein teilchen jetzt hier dabei was ein fehlguss gewesen wäre also ich habe zumindest nichts gesehen habe ich auch mit gerechnet ich habe schon vielleicht ein paar fehlgüsse und so nee ist nicht der fall schwachpunkt sind hier natürlich unten die beinchen das hatte ich euch ja schon gezeigt gesagt wie auch immer da habe ich dann auch noch mal hier ein zwei andere teile verbaut jetzt halten sie deutlich besser und es passiert auch nichts wenn ich jetzt den hund hier umher schiebe ja das hält alles ich kann auch schütteln und es hält da passiert nichts und eine andere schwachstelle ist halt jeder schwanzbereich weil das halt auch sehr dünn ist ist klar je dünner die teile sind desto schneller fallen sie mal runter ab wie auch immer aber er hat einen stabilen sitz auch wenn er mal ein bisschen nach vorne kippt er fällt immer wieder nach hinten weg weil hier der schwerpunkt einfach deutlich größer ist als vorne hat natürlich auch den vorteil er macht keinen körper aus dem regal ist es ein set für kinder wir haben ja jetzt hier oben die angabe 6 plus schwierig also ich persönlich ja ich kann jetzt nur von mir ausgehen ich würde jetzt eher sagen die kinder sollten älter sein also mit sechs gutes heißt ja sechs plus aber mit sechs hätte ich jetzt hier die angabe nicht gemacht vielleicht zehn plus geschrieben meinetwegen gerade so grenzwertig noch acht oder neun plus aber zehn plus finde ich schon ganz guten wert mit mama und papa zusammen es ist halt schon recht herausfordernd weil man wirklich in allen ecken aufpassen muss dass nichts nach unten irgendwie weg kracht beim bauen man muss schon ein bisschen mit denken ja aber es ist durchaus ein set für kinder was geeignet ist es ein spiel set bedingt wenn man davon absieht dass die beine oder schwanzig mal lösen können ist es schon recht stabil insofern ich kann es euch wirklich nur empfehlen was mit dem kärtchen hier auf sich hat keine ahnung die bauanleitung ist auch einwandfrei in ordnung so kann ich nicht dran rummaulen es ist schön von der darstellung her das einzige was noch hätte besser sein können sie hätte aufgrund der kleinen steine halt noch ein bisschen größer in der darstellung sein können aber da gibt es dann solche hilfsmittel dann passt das auch insofern von mir gibt es hier eine klare kaufempfehlung ich werde euch auch noch mal einen entsprechenden link unten in die video beschreibung hauen wenn ihr möchtet könnt ihr den gerne nutzen dann würdet ihr mir damit auch noch ein bisschen helfen zukünftig irgendwelche sets zu beschaffen müsst ihr aber nicht und ja ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht bisschen geholfen und vielleicht sehen wir uns zum nächsten video wieder da hinten liegt schon wieder was neues das wird jetzt gleich ausgepackt lasst euch überraschen macht's gut euer klemmonkel tschüss